Das ist Marie. Sie liebt Dinosaurier und weiß ganz viel über die einzelnen Arten. Ihr Lieblingsdinosaurier ist der Tyrannosaurus Rex. Manchmal sucht sie gemeinsam mit ihrer Mama im Internet nach Fotos und neuen Infos. Doch alleine traut sie sich noch nicht wirklich. Denn wenn man in einer herkömmlichen Suchmaschine sucht, findet man manchmal sehr angsteinflößende Bilder. Ihre Mama weiß aber schon, wie man mit der Informationsflut umgeht und selektiert vorab schon die besten Bilder für Marie heraus. Es sind sich nicht alle Elternteile bewusst, dass normale Suchmaschinen auch ungeeignete Inhalte für Kinder zeigen. Es ist wichtig, schon frühzeitig mit Kindern kritisches Recherchieren zu üben. Marie erzählt auch immer wieder in der Schule von den neuen Erkenntnissen. Ihr Lehrer überlegt nun, wie er das Thema aufgreifen kann. Da kommt ihm eine Idee. Am Klassen-PC ist die Startseite ja ein Kinder-Wiki, die KiwiTek. Auf dieser Webseite befinden sich nur kindgerechte Inhalte ohne Werbung und ungeeigneten Suchergebnissen. Für Leseanfänger und Anfängerinnen findet man die Artikel auch in einfacher Sprache. Gemeinsam mit Marie sucht der Lehrer nun Infos zu den Dinosauriern auf der KiwiTek. Da fällt ihnen auf, dass es keinen Artikel über Maries Lieblingsdinosaurier, den T-Rex, gibt. Es gibt nur allgemeine Informationen über Dinosaurier. Marie weiß aber schon viel mehr, als auf der Seite steht und könnte mit ihrem Wissen eine eigene Seite zum T-Rex füllen. Der Lehrer recherchiert, ob dies irgendwie möglich ist und findet auf der Startseite den Hinweis, dass man auch als Klasse mitmachen kann. Doch der Lehrer steht nun vor vielen Fragen. Wie erstellt man so einen Artikel? Wie ist das mit den Bildern? Welche dürfen wir verwenden? Wie erarbeite ich den Inhalt mit den Kindern? Welche Quellen können die Kinder verwenden? Wie vermittle ich den Kindern eine grundlegende Recherche-Kompetenz? Das ist die Frage. Wenn auch Sie mit Ihrer Klasse an der KiwiTek mitarbeiten wollen, schreiben Sie uns an moderation.kiviteek.wien. Wir brauchen Euch! Genau. Vielen Dank. Vielen Dank.